Prinz Harry und Meghan Markle erleiden erneuten Schlag, als sich die amerikanischen Medien gegen das Paar wenden. Prinz Harry und Meghan Markle sehen sich erneuter Kritik ausgesetzt, da die amerikanischen Medien kritisch werden und ihre jüngsten öffentlichen Bemühungen in den Schatten stellen. Prinz Harry und Meghan Markle sehen sich einer neuen Welle der Kritik ausgesetzt, da sich Teile der amerikanischen Medien gegen das Paar zu wenden scheinen. Was für Prinz Harry eine Woche positiver öffentlicher Auftritte in New York City hätte werden sollen, wurde stattdessen von einer erneuten Prüfung von Meghans angeblichem Verhalten gegenüber Mitarbeitern überschattet. Prinz Harry nahm am Gipfeltreffen der Clinton Global Initiative teil, wo er für seine leidenschaftliche Rede über die Gefahren sozialer Medien für Kinder stehende Ovationen erhielt. Er sprach emotional über seine eigenen Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, und forderte gleichzeitig stärkere Schutzmaßnahmen gegen Online-Missbrauch. Trotz seiner kraftvollen Worte und seiner überzeugenden Bühnenpräsenz wurde die Erzählung durch eine Flut von Anschuldigungen und Gegenbehauptungen bezüglich Meghans Verhalten gegenüber ihren Mitarbeitern gestört. Berichte des Hollywood Reporter und des Daily Beast stellten Meghans in einem wenig schmeichelhaften Licht dar und schilderten sie als anspruchsvolle und schwierige Chefin. Einige ehemalige Mitarbeiter gingen so weit, Meghans als Diktatorin in High Heels zu bezeichnen und behaupteten, es habe Vorfälle gegeben, bei denen Mitarbeiter in Tränen ausgebrochen seien. Jason Knauf, der früher als Pressesprecher des Paares tätig war, hatte einst über Meghans angeblich inakzeptable Behandlung der Mitarbeiter geschrieben, die angeblich Mobbing- und Untergrabendesverhalten einschloss. Obwohl dieser Brief aus dem Jahr 2018 stammt, sind die Vorwürfe wieder aufgetaucht und verstärken die Wahrnehmung von Meghans als herausfordernde Arbeitgeberin. Um diesen Behauptungen entgegenzutreten, sprachen sich mehrere ehemalige Mitarbeiter von Meghans und Prinz Harry öffentlich zu ihrer Verteidigung aus. Catherine S. Tillerand, die ehemalige Stabschefin von Archewel, erklärte, sie sei dem Paar nahegeblieben und lobte sie für ihr Engagement. Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter, Josh Kettler, der drei Monate lang für die Sussexes arbeitete, beschrieb sie als herzlich und engagiert. Auch Mandana Dayani, die ehemalige Präsidentin von Archewel, sprach herzlich über ihre Zeit mit Meghan und erzählte sogar, wie die Herzogin einmal auf ihrem Küchenboden saß, um Senatoren anzurufen, während sie sich um ihre kleine Tochter, Prinzessin Lilibet, kümmerte. Dennoch blieben Meghans Kritiker skeptisch. Ein ehemaliger Höfling aus ihrer Zeit im Palast behauptete, sie sei liebenswert, wenn alles nach ihrem Willen läuft, aber ein Dämon, wenn sich das Blatt wendet. Unterdessen stand Prinz Harry vor seinen eigenen Herausforderungen.Sein Engagement bei African Parks, einer Naturschutzorganisation, deren Vorstandsmitglied er ist, geriet unter die Lupe, nachdem Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen durch von der Organisation angestellte Ranger aufgekommen waren. Die Vorwürfe, darunter auch Folter und Gewalt gegen indigene Gemeinschaften, werfen einen Schatten auf Prinz Harrys Beteiligung an einer kürzlichen Veranstaltung hinter verschlossenen Türen für African Parks während der New Yorker Klimawoche. Kritiker, darunter der königliche Korrespondent Jack Royston, nannten die Entscheidung, die Veranstaltung privat zu halten, empörend, insbesondere angesichts von Prinz Harrys Eintreten für Transparenz und soziale Gerechtigkeit. Royston argumentierte, dass Prinz Harry seine eigene Glaubwürdigkeit als Verfechter marginalisierter Gemeinschaften untergraben habe, indem er die Vorwürfe nicht öffentlich angesprochen habe. Olivia Glaubwürdigkeit als Verhandler Sicher gep probabilities wäre, dass ich jetzt eine Wỉme aufwürfeife habe, glaube ich, dass andere Investitionen unter原因 zurück empleiert ist. 디자systliche Errichtung einerietet sich verabschieden Vorwürfe von pandemic mighty motorger tires Umgex спрос und forbidative An actually humming mitución Freakab Another